Hallo liebe Campingfreunde, ihr wollt mit einem Wohnmobil verreisen, euch selber aber keines kaufen? Mein Name ist Frank Liermann vom Automarkt Ried und ich habe die Lösung für euch. Bei mir gibt es seit diesem Jahr auch ein Wohnmobil in der Vermietung. Dieses sehr geräumige Fahrzeug mit seinen sechs Sitz- und Schlafplätzen ist perfekt für Familien geeignet, da es auch einen Vierer-Fahrradträger besitzt und einen Fernseher für regnerische Tage. Mit an Bord ist außerdem eine Markise, damit man auch bei sonnigen Tagen angenehm draußen sitzen kann. Im Inneren findet man eine sehr geräumige Nasszelle mit separater Dusche, einen Gasherd mit sehr großer Arbeitsfläche daneben und einen Kühlschrank mit Gefrierfach. Das Fahrzeug besitzt bis zu sechs Schlafplätze. Im Heckbereich befindet sich ein Stockbett, oberhalb der Vordersitze im Alkofen befindet sich ein Doppelbett. Außerdem lässt sich die Sitzgruppe in ein weiteres Doppelbett verwandeln. Sehr gerne beantworte ich eure Fragen telefonisch über meine Homepage oder über Facebook. Ich freue mich auf euch! Ich freue mich auf euch!